Wie erkläre ich in Krisenzeiten meinen Freunden? Bitcoin, Jahresperformance minus 16%, Goldperformance plus 9. Ein Moment, ein Moment, den wir jetzt sehen und ein Moment, der deutlich zeigt, die Geschichte vom digitalen Gold existiert, sie ist aber noch nicht Realität geworden. Genauso zeigt sie auch, dass Gold weiterhin eine der wichtigsten Krisenwährungen oder Assets überhaupt ist. Die Goldnachfrage steigt, aber genauso wird sie auch wieder fallen, wenn Krisen bewältigt werden. Ist Gold also ein Asset, was sinnvoll ist, zu halten? Ja, wenn man Angst hat vor der Situation jetzt, aber ich bin auch mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier meine Goldbarren zu Hause habe, die kann ich auch nicht so leicht durch die Gegend transportieren. Kommt natürlich darauf an, wie viel Gold man sich leisten kann, aber wirklich eine Lösung für alle Probleme sehe ich bei Gold tatsächlich nicht. Und hier zeigt sich auch einmal mehr, dass vor allem das Vertrauen und was man sich über Sachen erzählt, viel wichtiger sind, als irgendwie ganz objektiv auf etwas drauf zu schauen. Denn wofür ist Gold gut, außer dass man sich einig geworden ist, dass das unser Wertehalteinstrument Nummer eins ist. Also ja klar, dann kann man auch wieder diesen Industriehammer rausholen, aber ansonsten kann ich zumindest von Bitcoin sagen, es ist begrenzt. 21 Millionen Bitcoin, mehr wird es nicht geben. Es ist digital, weltweit verfügbar, transferierbar, zenturresistent und macht es für mich eigentlich zu dem besseren Gold. Heißt, erklär deinen Leuten oder deinen Freunden genau diese Geschichte. Gold ist wichtig, Gold ist aber für mich ein ganz schlechtes Spekulationsobjekt und auch Bitcoin wird irgendwann in der Geschichte genau an diesem Punkt ankommen, wo man nämlich genau diese Rolle übernimmt, dass echte digitale Gold wird, damit auch viel weniger Volatilität da ist, aber dann eben auch nicht mehr dieser Spekulationscharakter da ist. Aktuell ist Bitcoin ein Spekulationsobjekt, nämlich die Spekulation darauf, das Geldsystem zu verändern, eine Alternative zu schaffen, die die Welt nutzt und zwar komplett, eine Massenadaption und dann eben digitales Gold, digitales was auch immer wird, aber vor allem seinen Stempel in der digitalen Zukunft hinterlässt. Und die Geschichte ist noch nicht fertig und deswegen ist diese Spekulation um Bitcoin auch noch nicht beendet und deswegen aber auch ganz normal ein Risiko-Asset wie die anderen auch, sinken die Aktienmärkte, sinken dann auch eben solche Wetten auf die Zukunft. Bei Gold brauche ich auf nichts mehr wetten, da haben sich alle geeinigt, dass es so ist, dass das eben ein Wertehalt ist. Eine völlig- Persönlich-Asset brauche ich mir die Ein litt